Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde. Genau jetzt beginnt der Autosave. Immer wieder perfekt. Ist super. Ich befinde mich hier oben bei unserem Strom. Unsere aktuelle Stromkapazität ist etwas erschreckend niedrig. Wir haben knapp 1400 verbrochen, 1200 Megabit. Das liegt aber auch daran, weil ich es schon erweitert habe. Ich habe es noch nicht angeschlossen. Das anschließend wollte ich mit euch zusammen machen. Ich habe das ganze Ding und das Ding auf MK2 gemacht. Somit kann ein MK2-Miner auf Kohle 16 Kraftwerke miteinander verbinden. Und dann habe ich da hinten noch mal weitere 16 aufgestellt. Damit wir nicht warten müssen, dass hier alles voll läuft etc. habe ich die einfach schon mal komplett angeschlossen. Außer den Strom. Und das möchte ich jetzt mit euch schon kurz zusammen machen. Ich habe es versucht, hier mal ein bisschen hübscher zu machen. Aber ihr seht, hier hat vorne schon wieder völliges Chaos ausgebrochen. Da hatte ich schon ja keine Lust. Und dann habe ich gesehen, guckt euch das mal an. Hier vorne habe ich Samenerz gehabt. Ich habe es nicht gesehen. Naja. Denn ist das halt so, ne? Also, schließen wir das ganze wunderschöne Ding jetzt hier einfach mal an. Ich mache das relativ mittig und simpel. Warte mal. So. So. Dann so. Und dann so. Und dann wieder so. Drei. 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 Fünf. Fünf. Drei. 6 8 und 8 und somit haben wir hier nochmal 1200 Megawatt und die verbinden wir mit unserem Stromnetz und zack haben wir unsere 2400 Megawatt einfach verdoppelt den Spaß richtig richtig geil ja dann habe ich das Ding hier vorne noch gesehen im Wasser und das sieht ja für mich so aus als wenn man das sprengen könnte das will ich mit euch zusammen mal testen das habe ich bisher noch nicht gemacht nachladen anbringen wie weit muss ich denn weg sein gehen wir mal in Deckung und Feuer macht ja ein bisschen Rums ok hier haben wir eine Schnecke sehr schön so viel Rums ist das gar nicht aber es hat seinen Job erfüllt so ja mittlerweile habe ich immer ein bisschen was hier eingelagert damit ich immer ein bisschen mehr Platz im Inventar habe und auch so KI-Begrenzer diese Energie-Dinger dann habe ich es immer dabei das ist wirklich sehr sehr nice weil ich musste auch das Wasser sozusagen einmal boosten damit ich aus jeweils 250 Wasser rauskriege und dann sah das auch schon viel besser aus gut in der Zeit ist natürlich sind unsere Motoren hoffentlich voll gelaufen ganz ganz voll hoffentlich so dass wir jetzt Richtung Öl gehen können Öle wird so das nächste sein was wir brauchen ich möchte noch nicht den Jetpack freischalten weil da bringt uns nichts weil wir erst naja wir müssen erst den verpackten Treibstoff haben damit wir den Jetpack wirklich nutzen können und deswegen gehen wir erst in die Ölproduktion rein das heißt wir müssen die Ölquelle erstmal finden und dann dort aufbauen und das Ganze mache ich natürlich dann wieder mit Hypertubes am besten so schauen wir mal wie viel in der Zeit reingelaufen ist weil ich habe es natürlich ein bisschen laufen lassen jetzt damit wir einfach safe sind oh ja genau so habe ich mir das vorgestellt 50 50 brauchte ich glaube ich für das Öl so Ölaufbereitung zack wir brauchen noch ein bisschen von dem Zeug und Stahlrohre war alles da gehen wir schon ins Öl rein das ist so geil Abschuss Milestone reached Crude oil can now be extracted and refined to produce various industrially beneficial parts the byproducts of these processes will require careful management but a capable pioneer such as yourself surely understands that to improve efficiency pipelines can now be optimized with valves to limit and balance their throughput these were initially left out because fix it did not want to overwhelm pioneers with complex pipeline management but they have since been re-added after my impassion defense of your capabilities cool also der nächste Schritt ist halt Richtung Flüssigtreibstoff zu kommen das heißt wir müssen schon mit Kunststoff anfangen wir haben hier nämlich jetzt Kunststoff und Gummi bekommen so wie natürlich normaler Treibstoff und auch Polymer als Petrol-Koks aber gut schauen wir erstmal in welche Richtung Öl überhaupt geht mal gucken wie weit wir reisen müssen normal normal rein ok hier hatten wir Quarzkristalle also da waren wir schon das ist der Überhang gut da war da unten Öl und Wasser das heißt da könnten wir unsere Fabrik aufbauen mit Öl und Wasser das heißt quasi in die Richtung ist das so ok Leute ähm ich mach erstmal Pipelines hin also hier diese Dinger ganz wichtig dass wir das da erstmal hinziehen gucken wie viel wir brauchen nebenbei den Strom dorthin ziehen äh äh Transport ähm Strom ist hier noch Strom rüber da müssen wir quasi hier so einmal rumgehen um den Plus und so aber das kriegen wir hin Zeichen dafür gebraucht Beton Stahlrohre und dann viel von dem anderen Zeug ok gucken wir was wir noch einpacken können und dann würde ich sagen machen wir dann eine riesen Plattform fertig und dann fangen wir mit dem Öl an dann muss ich natürlich Gedanken machen wie ich das am schlauesten handeln möchte wieso kommt hier nichts rein doch läuft 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 äh hab ich noch irgendwo was was relativ low ist vielleicht noch einmal Kabel weil wir müssen ja natürlich auch Strom hinlegen ja und sobald wir dann Treibstoff haben dann kümmern wir uns auch richtig um die Energie ne dann geht's erstmal richtig los gehen wir hier an der Seite vorbei ja das ist nicht schön aber selten ne man kennt's von mir das ist ja durchführen und gleich mitnehmen ach komm schon lass mich hier nicht bauen wir sind auf dem Weg und so ewig weit ist es jetzt ja auch nicht man müsste es nur gleich richtig bauen man freue mich auf das Jetpack heute da freue ich mich so richtig drauf das wird bestimmt richtig richtig cool mal mit zur Sicherheit na cool hier hab ich mich ja hochgebaut die müssen uns glaube ich runter bauen die müssen uns glaube ich runter bauen und die Leitung das Gute ist dann haben wir wenigstens da auch direkt eine Leitung hingelegt und wir kommen relativ schnell dahin und zurück und können das Material holen war klar dass auf diesem komischen Kunstdruck allerdings ne Schnecke ist da drauf da drüben ist ja irgendwo da soll Öl sein da soll Öl sein die normale oh da ist ne fette Pflanze wir machen jetzt mal einen Eingang hin falls was passiert dass wir auch zurückkommen wieder gut los guckt euch die fette Pflanze an hier eins zwei drei vier fünf hab mich fast ausgenockt da unten ist Öl guck mal da haben wir Öl oh die Bären die Bären die Bären soll ich mitnehmen nochmal hier haben wir noch oh mein Gott was ist denn hier los da müssen wir hier erst aber aufkommen da hinten gehts noch weiter hoch hier sind zwei kleine und das ist die normale Öl gut dann packen wir wieder erst mal an hier so wie bauen wir denn jetzt am besten ich würde sagen etwas erhöht natürlich ne so vielleicht in diese Richtung erhöht okay das müssen wir jetzt schon mal nicht so er fragt er ist wieder mal er fragt er ist wieder mal also sauber versuche ich es zumindest aufzubauen ne ob es jetzt von außen erstmal schöner ist mir erstmal egal aber sauber sollte es auf jeden Fall sein so dann können wir hier schon mal Strom hochlegen das ist das erste dann kommt der weg und dann legen wir hier hin dann machen wir hier den Eingang rein und haben das so dann gucken wir es nochmal an Produktion wir können jetzt die Raffinerie machen können wir nicht wenn uns Motoren fällen also gut wow dann einmal ne Runde nach Hause dann müssen wir mal angucken wir kriegen ja dann so normalen Quelle 120 Öl glaube ich raus was wir damit anstellen können um erstmal Kunststoff herzustellen und dann vielleicht ja nach dem Kunststoff was mache ich nach dem Kunststoff Gummi Gummi wäre wahrscheinlich noch wichtig ich muss das unbedingt mal wieder beschleunigen ich muss das mal austesten wie ich das wieder hinkriege weil das dauert mir schon zu lang aber gut ist auch die einzige Anhöhe hier aber es ist immer noch besser als die ganze Zeit zu laufen muss man ja wirklich dazu sagen laufen wäre wirklich fatal so Motoren brauchen wir mal für eine Raffinerie das ist ja der Startpunkt mit dem Öl sozusagen so da haben wir natürlich Treibstoff und das wir haben hier Kunststoff und Schwerölrückstände kriegen wir 20 Kunststoff raus hier brauchen wir Harz und Kunststoff und Wasser 20 Gummi 20 Schwerölrückstände 20 20 20 30 20 10 30 20 10 30 wie stell ich denn Polymer harz her ach so mit Treibstoff Das kann ich halt noch nicht umwandeln, ne? Dann müssen wir erstmal damit leben. Mit den Rezepten hier. Schwer rückschnitten und dann Petrolkokse machen. Das heißt... 60... Und 60. Dann hätten wir eine Quelle angezappt. Zweimal Gummi, zweimal... Dann bräuchten wir 5 Rappenarie Minimum. Guck mal, ich stelle 4 schöne Stahlträger. Das ist ganz gut. Jetzt gucken. Dann nehmen wir lieber noch einmal Motoren mit. Dann brauchen wir noch meiner. Zwei Stück bitte. Und was haben wir wenig dabei? Kabel. Rohre können wir noch einmal einpacken. Lass es losziehen. Ich will das Zeug jetzt erstmal aufbauen, damit zumindest der erste Schwung durchläuft. Damit wir das zumindest hinkriegen und für das nächste Mal vielleicht an den verpackten Treibstoff machen können. Dass wir so in die Richtung dann gehen. Weil aus dem Polymerharz können wir dann noch mit Wasser, was wir auch in der Nähe ganz viel haben, weitere Gummi herstellen. Dann gibt es natürlich auch noch weitere Rezepte später, die ich noch freischalten muss. Wir müssen auch wieder eine Tour machen, aber ich will dafür erst... Du spielst bereits seit zwei Stunden. Danke. Danke. Ich will natürlich erst das jetzt freischalten, damit wir Richtung verpackten Treibstoff kommen. Sodass wir ein Jetpack auch noch nutzen können. Sobald wir ein Jetpack haben, ich glaube, das wird dann richtig geil mit der Kunden. Da können wir halt auch viel aus dem Weg gehen. Was uns bisher das Leben erschwert hat. Das ist eigentlich so gerade so ein bisschen mein Ziel. Da gibt es neue Festplatten, da gibt es neue Rezepte. Und vielleicht machen wir dann zwischendurch einfach mal schon mal die Grundsteinlegung... Für... Ihr wisst schon was. Äh... Machen wir die ersten beiden Fabriken hin. Für unser Lager. So, hier machen wir Kunststoff. Hier steht es falsch. Und hier machen wir Gummi. Das heißt, wir verbrauchen jetzt genau... 120... Öl. Am besten diese Quelle hier. Soll ich vielleicht Strom hier herziehen? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Hm? Ja. 120 die Minute. Ich dachte, das macht man mit einem Miner. Ich habe es vergessen. Das ist ja ein separates Ding. Und hier würde ich... Schwarz machen wollen. Damit wir wissen, okay, da kommt Mühe rein. Gut, 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 gut. Wir brauchen ja erstmal nur... Das Zeug... Hier rein. Das heißt, wir fangen hier am besten an. Mit der Bodendurchführung. Nein, wir fangen genau mittig an. Wir machen erstmal hier oben. Das war knapp. Nicht, was ich dir darunter gefällt. Und natürlich das schwarz. Weil wir stellen hier ja mehr Flüssigkeiten her und solche Späßchen. Dann müssen wir das natürlich ein bisschen auseinander halten. Das heißt, euch könnte ich jetzt direkt mit Strom verbinden. Das ist so hoch. Ich brauche die Pumpe. Gar nicht dran gedacht. Gar nicht dran gedacht. Aber so ist es nun mal. Gut. Kunststoff und Schwer-Rückstände. 20. 20. Also 60 stellen wir her. Oh, da kann ich später Treibstoff mitmachen. Oh, da kann ich später Treibstoff mitmachen. Das ist natürlich mega. Das ist natürlich mega. Statt dem Koks. Okay, erstmal muss ich Koks machen. Das heißt, wir brauchen zwei weitere Dinge. Das muss ich jetzt mal richtig schnell lassen. Das würde ich heute erstmal nicht schattern lassen. Gut. Machen wir hier erstmal einen Fusionator. dann die stapelbaren dann die dann Alter, dass ich aber jetzt Kunststoff schon kriege, so schnell. So, dann zwei weitere Raffinerien. Und ihr stellt Koks her. Koks, hab ich gesagt. Romy. Und dann kommt hier ein Shredder hin. Also, beziehungsweise erstmal Prusonator. Den Koks machst du. 120. Holy shit. Da, 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 da. Da geht wenigstens was in Shredder rein, das ist auch gut. Erstmal zumindest. Und die Produktion ist damit auf jeden Fall sichergestellt. Cool. Dann machen wir uns hier ein Sushi-Belt hin. Dass wir in die Base bringen. Quatsch. Ein paar drei. Und so lang. Und so lang. Oh, komm. Wirklich. So, geil. Dann haben wir zumindest Gummi. Und dann können wir uns nächstes Mal auch in den verbruchten Treibstoff probieren. Müssen wir da wahrscheinlich ein bisschen was umbauen. Vielleicht noch erweitern. Das weiß ich noch nicht. Aber wir kommen Richtung Jetpack ganz gut voran. Wunderbar. Wunderbar. Immer diese langen Bauwerke, ne? Ich lauf mal ne Runde. und mehr wollen wir gar nicht, lass uns bitte einmal in Ruhe und lass dich auch in Ruhe wieso kann man den Stein da kaputt haben oh Gott, FPS ok, das ist ne Box, zieht mir drunter was ist, wenn wir das an dich krank stellen ok, scheint auf jeden Fall Auswirkungen gewagt zu haben weil ich hab den grad mit zwei Schlägen weg gemacht so wüssten wir gleich da sein, ne viel weiter ewig weit soll es ja nicht sein und wir haben da zumindest eine Zwischenwelt hier hingelegt das heißt, wir können auch den Treibstoff dort machen dort drauflegen dann oh ja, hier sind wir schon geil geilo, geilo, geilo diese Länge, ne ich glaub mich nur, wo ich die jetzt hinsetze hier so noch ein logistik Organisazione hier oben ich dachte hier so die Schredder hin einfach damit wir mehr Punkte kriegen so ich brauche noch einen KI-Begrenzer weil wir haben nur einen KI-Begrenzer, KI-Begrenzer, KI-Begrenzer wo ist er denn? Turbodraht wir haben es gleich wir haben es gleich machen wir gleich mal zwei ich glaub ein Turbodraht will ich es auch nochmal nebenbei machen das Zeug ist schon hier voll angekommen war uns das nicht Organisation Logistik intelligente Split so Überschuss linker Ausgang machen wir mal Gummi nach rechts machen wir Überschuss und linker Ausgang Kunststurm das müsste eigentlich so viel zählen jetzt soll da nicht ausfallen laufen jetzt soll da nicht ausfallen laufen jetzt soll da nicht ausfallen laufen funktioniert das ganze mache ich dir auch nochmal das ganze mache ich dir auch nochmal und beim nächsten mal machen wir den verpackten Treibstoff ich hoffe das funktioniert und dann geht es Richtung Jetpack würde ich sagen ja machen wir so in diesem Sinne besten Dank fürs Zusehen macht euch bis dann ciao ciao grazie ich